Hallo und herzlich willkommen zum FFDK Newsflash, Zahlendaten und Fakten und heute mit einigen Nachrichten. Wir werden uns mal anschauen, was in Russland abgeht, inwieweit der Ausschluss aus SWIFT auch neue Chancen für CBDCs bilden kann. Außerdem werden wir mal ein bisschen das wirtschaftliche Geschehen anschauen, über Edelmetalle sprechen. Aber zunächst einmal ein kurzer Blick auf den Markt und wir sehen den größten Anstieg von Bitcoin seit über einem Jahr. Wir schauen uns das Ganze mal in Zahlen an. Also wir haben in etwa zwei Tagen, an etwas unter zwei Tagen, einen Anstieg von über 20% zu verzeichnen. Unfassbar, wie schnell das Ganze geht. Wir leben in Zeiten der Extreme. Und wie es weitergeht, ist natürlich schwierig vorherzusehen. Momentan ist das Momentum sehr groß, gerade was die politische Anspannung betrifft und die Unsicherheiten an den Märkten. Wir werden uns doch gleich mal den vieren Greed Index anschauen an den Aktienmärkten. Da ist natürlich momentan sehr viel Positives für Kryptowährungen da, denn die Leute suchen in Kryptowährungen ihren sicheren Hafen. Die Flucht aus der eigenen Währung, die durch Entwertung eben an Kaufkraft verliert. Und das ist natürlich ganz naheliegend, dass eben der Switch in Kryptowährungen kommt. Und genau das ist eigentlich auch der Grund, warum wir alle so ideell überzeugt sind von Kryptowährungen. Weil sie eben staatenlos sind und weil sie eben genau für solche Szenarien eine gute Alternative bieten. Dazu gleich mehr. Zunächst einmal vielleicht kurz in den Chart geschaut. Ja, momentan sind wir an einem sehr wichtigen Widerstand. Wir sind momentan bei der 44.000 Dollar Marke. Die 45.000 Dollar Marke gilt es nachhaltig zu testen. Von daher habe ich mir hier ein paar Preisalarme eingestellt. Der nächste bei 45.144 und danach bei 46.396. Für die, die es interessiert. Nach unten hin habe ich meinen Preisalarmen auf 38.625 gesetzt. Das wäre in etwa in diesem Bereich hier, weil ich glaube, sehr unrealistisch, aber ich glaube, falls aus irgendeinem Grund hier ein Damm käme, wäre hier auf jeden Fall der nächste Support. Aber die Wahrscheinlichkeit halte ich aufgrund des positiven Momentums aktuell für relativ gering. Einige Altcoins performen ebenfalls sehr gut und da sind wir jetzt auch schon mittendrin. Also ihr seht schon, die Crypto-Bubble zeigt uns, dass viele, viele Projekte gerade sehr, sehr gut laufen. Aber natürlich dreht sich der Großteil um Bitcoin. Die Dominanz von Bitcoin hat auch wieder leicht zugenommen. Wir sind jetzt bei 43% Bitcoin-Dominanz. Aber man muss sagen, die russische Plattform oder das Pendant zu Ethereum aus Russland, Waves, hat extrem zugelegt. 106%. Sehr krasse Performance auf jeden Fall. Ja, und nachdem der Monat des Phönix, der Februar, nun wirklich seinem Namen gerecht wurde und wir quasi bis zu den letzten Stunden des Monats eigentlich in einer Negativspirale waren und wie der Phönix aus der Asche empor stiegen, so haben wir jetzt in diesem Monat, im Monat März, Mars, einen sehr, sehr wichtigen Monat. Der Monat ist auf den Kriegsgott Mars zurückzuführen und bedeutet in der Regel so viel wie sehr viel Energie, die vor allem eben auch für Chaos sorgen kann. Und das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall darauf vorbereiten, auch weiterhin sehr viel Volatilität zu sehen, sowohl in den Aktienmärkten als eben auch im Kryptomarkt. Der einzige Markt, den ich momentan ganz besonders positiv sehe, wo ich auch glaube, dass wir wahrscheinlich mittel- bis langfristig gesehen auf jeden Fall in einem Aufwärtstrend landen werden, ist der Edelmetallmarkt. Und von daher werden wir heute am Ende des Videos, falls sich das interessiert, auch mal kurz darüber sprechen. Bitcoin, neuer Rekord. BTC verzeichnet stärksten Kursanstieg seit über einem Jahr. Das vielleicht nur mal der Vollständigkeit halber. Bitcoin hat den größten Anstieg an einem einzigen Tag seit einem Jahr erlebt. Zuvor ist der russische Rubel gegenüber dem Dollar um 20% abgestürzt. Der Grund, die weltweiten Wirtschaftssanktionen, die gegen das Land nach dem Angriff auf die Ukraine verhängt wurden. Sowohl die Russen als auch die Ukrainer haben einen enormen Anstieg des Trading-Volumens mit Kryptowährungen verzeichnet. Sie nutzen diese als sicheren Hafen für ihre Ersparnisse und ihr Vermögen, sowie als Finanzinstrument, mit dem sie ihr Geld ins Ausland bringen oder Sanktionen vermeiden können. Das ursprüngliche Narrativ von Bitcoin scheint sich bei den Menschen, die ihn brauchen, durchzusetzen. Und ich habe was Schönes gehört, was mich selbst so ein Stück weit zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar habe ich gerade zuletzt gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Bitcoin noch nicht so wirklich das digitale Gold ist. Und dabei bleibe ich auch. Denn wir sind noch sehr volatil. Und bisher hat Bitcoin einfach noch nicht diesen Wert, den man auf lange Sicht einfach konstant sieht. Wie das zum Beispiel bei Edelmetallen der Fall ist. Aber in einem Interview von Experten gab es unter anderem eine Argumentation von einer sehr taffen Frau. Und sie sagte, was macht man denn in einem Kriegszustand oder in einer Zeit, in der man fliehen muss und man hat auf einmal Goldbarren in der Hosentasche. Ihnen ist doch sicherlich klar, dass die Grenzkontrollen die Hand aufhalten werden. Und ich sehe das genauso. Also ich glaube auch, wenn man sich jetzt mit Edelmetallen auf den Weg macht über die Grenzen, wird man sicherlich große Probleme haben, die einfach so durchzubekommen. Es gibt sicherlich Leibesvisitationen und überall Durchsuchungen. Also von daher ist das schon schwierig. Und da ist es durchaus berechtigt zu sagen, dass Bitcoin die bessere Lösung ist. Denn wenn ihr, und das ist natürlich eine Übungssache, aber wenn ihr euch wirklich eure Private Key im Kopf merken könnt und auch vielleicht eure Public Key merken könnt, oder sie an einem guten Ort versteckt aufschreibt, denn kann man damit natürlich im Rucksack oder sonst wo einfach über die Grenze marschieren, ohne dass irgendwer weiß, wie viel man besitzt. Und das ist definitiv eine Sache, die Bitcoin einen Vorteil gegenüber Gold verschafft. Nichtsdestotrotz sind digitale Währungen meiner Meinung nach nur dann besonders gut, wenn sie in irgendeiner Form an etwas Reales gekoppelt sind, zumindest wenn wir es als Währung verwenden. Und ich glaube, der Goldstandard oder Silberstandard oder was auch immer da kommen wird, ist nur eine Frage der Zeit, gekoppelt eben an eine Kryptowährung. Und ich denke mal, das ist dann am Ende auch etwas, wo die beiden eine Symbiose bilden und sich verbinden und nicht unbedingt im Wettstreit stehen. Und so können Kryptowährungen natürlich in irgendeiner Form digitales Gold sein und vielleicht sogar mit echtem Edelmetall hinterlegt sein. Wir werden mal sehen, was die Zukunft da bringt. In jedem Fall sind wir hier nochmal bestätigt, bei der größten Kryptobörse, zumindest was das Volumen betrifft, Binance sind Rubel-basierte Paare und das Trading-Volumen in dem Zusammenhang extrem gestiegen. Ihr seht es hier selbst, was für ein Balken. Also es ist tatsächlich so, dass es nicht nur eine Unterstellung ist, sondern die Zahlen belegen, dass es wirklich die Flucht aus dem Rubel in Kryptowährungen stattfindet. Und das ist auch nicht ganz verwunderlich, denn wenn wir uns mal anschauen, ich meine, der Rubel hatte generell im Vergleich zum Euro lediglich einen Wert von 0,029 Euro, was so die Spitze betrifft. Aber wir sehen hier, wir sind jetzt weit entfernt von einem einzigen Cent, den er auch nur wert ist. Und das ist unfassbar und nachvollziehbar, dass die Leute da natürlich versuchen, in irgendeiner Form in Alternativen zu fliehen, in Immobilien zu fliehen, ist schwierig auf die Schnelle. Von daher, was macht man? Edelmetalle werden wahrscheinlich dort auch vor Ort vergriffen sein. Also gehen die Leute dann eben in quasi internationalisierte, digitale Güter über. Und da sind eben Kryptowährungen eigentlich staatenlos oder, wenn man so will, internationalisiert, sodass sie also keinem einzigen Land gehören, sondern im Kollektiv, also ein Weltnetzwerk sind. Und ich denke, das würden wir wahrscheinlich genauso machen, wenn es hier jetzt losging mit einer unfassbaren Inflation, würden sicherlich sehr, sehr viele Leute all in Krypto gehen und versuchen, das zu retten, was noch zu retten ist. Schauen wir mal auf den vieren Greed-Index. Und das ist jetzt etwas, was wir in dieser Form, glaube ich, zumindest in den letzten Jahren nie gesehen haben. Denn wir befinden uns bei den Aktienmärkten in einem absoluten Extrem-Vier-Bereich, also von 18. Und bei Kryptowährungen, die ja normalerweise eigentlich nicht nur folgen, sondern meist sogar noch deftiger betroffen sind von den Negativ-Einschlägen, da sehen wir genau das Gegenteil. Also es passiert hier gerade etwas und auch wenn es sich ein bisschen doof anhört, aber ein solches Szenario, bei dem die Wirtschaft aufgrund des Währungsverfalls eben in die Knie gezwungen wird, braucht die Welt wahrscheinlich, damit der Letzte aufwacht und versteht, was für einen Mehrwert Kryptowährungen bieten können und inwieweit sie deutlich schwieriger manipulierbar sind und vor allem auch deutlich schwieriger angreifbar sind, was zum Beispiel Sanktionen betrifft, als es eben eine einzige Landeswährung ist. Ich denke also, es wird nicht ewig brauchen, da wird auch der Altcoin-Markt wieder neu belebt, weil die Leute auch da ihren Mehrwert erkennen werden. Aber hier, unser Altcoin-Season-Index zeigt uns ganz klar, dass momentan die Phase von Bitcoin ist. Das bedeutet normalerweise, dass die allermeisten Altcoins outperformed werden von Bitcoin und es momentan Sinn machen würde, wenn man dann Tagestrader ist oder sagt, ich möchte nur in ganz kurzfristigen Intervallen immer investieren und dann wieder aus dem Markt mich verabschieden, ist es vielleicht nicht verkehrt, sich jetzt momentan besonders mit Bitcoin zu beschäftigen. Die Altcoin-Season wird früh genug kommen, aber meistens geht zuerst Geld in die großen Projekte, Bitcoin, Ethereum da oben und dann irgendwann wird es dann aufgeteilt und beflügelt die Alte. Also lasst uns da geduldig bleiben. Ja, die Medien sind voll von dem ganzen Thema und ich möchte heute auch mit euch nicht jetzt das Ganze noch vertiefen und jetzt auch noch über dieses ganze Thema sprechen, aber so ein bisschen kommen wir nicht drum herum, denn es ist natürlich ein Weltgeschehen, das alle betrifft und so gibt es jetzt zum Beispiel Endgültiges Aus für die Tochter der größten russischen Bank in Europa, die von Sanktionen betroffene Europatochter der russischen Sperrbank muss den Betrieb einstellen, die in Wien ansässige Bank müsse alle Geschäfte mit sofortiger Wirkung beenden, teilte die österreichische Finanzmarktaufsicht in der Nacht zum Mittwoch mit. Der Einheitliche Abwicklungsausschuss der EU-Bankenunion gab am Dienstagabend bekannt, dass die in Österreich ansässige Sperrbank Europe AG ein Insolvenzverfahren nach nationalem Recht durchlaufen werde. Die Tochtergesellschaft in Kroatien und Slowenien wurden hingegen an lokale Banken abgetreten. Der Sberr betonte, dass das Vermögen der Kunden bis 100.000 Euro durch das europäische Einlagensystem abgesichert sei. Ja, da seht ihr mal, wie schnell das Ganze geht, weil wir hören ja doch sehr oft, das passiert bei uns nicht und das gibt es bei uns nicht und ihr seht, Russland ist wirklich ein relativ starkes und vor allem auch in den letzten Jahren extrem aufstrebendes Land und wir sehen trotzdem, wie schnell es innerhalb von eigentlich wenigen Tagen dazu kommen kann, dass verschiedene Institutionen echt ins Wanken kommen und so muss natürlich eine Lösung her, denn, ihr habt es völlig mitbekommen, Russland wurde jetzt offiziell aus dem SWIFT-Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Das heißt, dass die russischen Unternehmen keine SWIFT-Zahlungen mehr ins Ausland tätigen können und genauso wenig welche empfangen können. Das führt natürlich dazu, dass die Geldeingänge jetzt quasi nicht mehr stattfinden und auch das Bezahlen von Rechnungen nicht mehr möglich ist. Also eine sehr, sehr knifflige Situation, die natürlich als allererstes Russland trifft, in zweiter Instanz aber definitiv auch Europa und den Rest der Welt, denn wir sind alle miteinander vernetzt. Wir sind nun mal in einer Globalisierung, in der viele Länder in irgendeiner Form voneinander abhängig sind. Aber was Russland auf jeden Fall macht, ist, sie testen schon länger den digitalen Rubel und die russische Zentralbank wird den digitalen Rubel im Januar 2022 testen. Es wird zum dritten offiziellen Zahlungsmittel gleich wie Bargeld und Kartenzahlung. Also das ist auf jeden Fall schon ein langer Plan. Und kann Russland die Sanktion mit einem CBDC und seiner SWIFT-Identative ausnutzen oder umgehen? Russland kann jedoch Chinas grenzüberschreitende Interbankenzahlungssystem ZIPS nutzen, mit der digitalen Zahlungs-App eChinese Yuan nutzen, um mit den Sanktionen davonzulaufen beziehungsweise um den Sanktionen davonzulaufen. So ist das wahrscheinlich richtig übersetzt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie ist das so, als ob ich euch eine Geschichte erzähle, die sich Stück für Stück bewahrheitet. Denn wir sprechen seit Monaten davon, dass Ripple oder auch Stellar Lumens Zahlungsabwicklungen aufbauen, die auf CBDCs basieren, die eben dazu helfen sollen, dass Staaten in eine digitale Zahlungsstruktur kommen. Und das ist eigentlich das, wovon wir auf diesem Kanal hier eigentlich seit Anfang an sprechen, dass irgendwann das bestehende Bankensystem ausgetauscht wird gegen ein neues. Und ihr müsst euch das natürlich so vorstellen, dass das nicht überall gleichzeitig passiert, sondern es wird jetzt eben in diesem Fall in Russland starten. Und die Russen werden die Ersten sein mit den Chinesen gemeinsam, die höchstwahrscheinlich gezwungenermaßen, wenn man so will, die CBDCs jetzt aktivieren und scharfschalten werden. Und dann werden sie die Ersten sein, die damit handeln werden. Und die BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und China, die sind eine damals dieses Schwellenländer-Union. Und auch aus Indien haben wir ja zuletzt sehr, sehr viel zum Thema Kryptowährung gehört. Ich könnte mir also vorstellen, dass die BRICS-Staaten untereinander in ihre CBDCs handeln werden. Und wenn dann hoffentlich sehr, sehr, sehr zeitnah wieder Frieden einkehrt auf der Welt und die Diplomatie Erfolg hat, dann wird es natürlich dazu kommen, dass man versucht, wieder alles zu normalisieren. Der russische Rubel ist aber bereits gegen Null gelaufen. Also wird man dann wahrscheinlich bei den CBDCs bleiben. Und denkt mal einen Schritt weiter. Wenn also dann wieder die Welt mit Russland handeln möchte und es gibt keinen Rubel mehr, werden die Länder bereit sein, auch CBDCs zu handeln. Und so beginnt das Ganze dann, sich auf der Welt zu verteilen. Und vielleicht kennt ihr ein Unternehmen, das sehr, sehr viele Partner hat und sehr, sehr viele Banken als Partner hat und genau dafür die Lösung bietet. Also, ich bin sehr gespannt, was kommt. Und wo wir jetzt gerade beim Thema sind, lasst uns doch nochmal darüber sprechen, was mit dem Gerichtsprozess abgeht. Denn die Discovery-Phase ist vorüber. Am 27. April war sie vorbei. Das heißt, alle Beweise, die eingereicht werden sollten, sind eingereicht. Und nun wird es sehr, sehr spannend. Was rausgekommen ist, ist, dass es bereits ein Treffen gab, bei dem es um ein Settlement ging. Also, all das, was wir so spekuliert hatten mit diesen Sunshine-Meetings, ihr wisst vielleicht noch, diese Geschreiben, die aufgetaucht sind mit Sunshine-Meeting und dass wir spekuliert haben, dass da vielleicht so eine Art Settlement besprochen wird, scheint tatsächlich in irgendeiner Form zu stimmen. Denn es sind Dokumente aufgetaucht, aus denen ganz klar hervorgeht, dass Ripple ein Einigungsgespräch hatte. Aber lasst mich loslegen. Richterin Sarah Netburn wird die Mediation moderieren. Mediation habe ich mal nachgeschlagen. Mediation ist ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konfliktes. Also, sie versucht da positiv einzuwirken, dass die Parteien auch ohne einen Urteilsspruch vielleicht zusammenfinden. Die größte Entscheidung des Gerichts in der Klage, so der Anwalt von XRP-Hodlers John Deaton, steht vor der Tür. Es wird erwartet, dass das DPP-Urteil, gegen das die SEC derzeit kämpft, indem sie eine erneute Überprüfung fordert, bestätigt und die Notizen und E-Mails zur Hinmans-Rede von 2018 an Ripple übergeben werden. Die Menge an Beweisen könnte ausreichen, um den Kläger in die Enge zu treiben und einen Hebel für bevorstehende Einigungen zwischen beiden Parteien zu schaffen. Rechtsanwalt Jeremy Hogan, und jetzt kommt's, hat kürzlich ein Dokument geteilt, das einige Regeln enthält, die die SEC und Ripple befolgen werden, einschließlich eines Vergleichsgesprächs 14 Tage nach Abschluss der Tatsachenfeststellung. Also, wir haben die Tatsachenfeststellung, also die Discovery-Phase beendet und jetzt bin ich mal gespannt, ob vielleicht in den nächsten Tagen ein weiteres Settlement-Gespräch kommt. Ich hab euch mal das Dokument herausgesucht, hier sehen wir es. Hier seht ihr Settlement und, ja, vor ein paar Monaten fand eine einstündige Vergleichsdiskussion statt. Es kam nicht zu einer Einigung, was bedeutet, dass der nächstwahrscheinliche Einigungszeitraum eine Schlichtung sein würde, die von der Richterin Netben veranstaltet wäre, die alle Dokumente unter Ausschuss der Öffentlichkeit bereits gesehen hat. Also, Sarah Netben weiß natürlich um die Details und es könnte durchaus sein, dass sie jetzt versucht, das Ganze in eine Richtung zu lenken. Wir dürfen auf jeden Fall für den März und vor allem für den April, denn die XRP-Hotler unter euch wissen es, April war schon immer ein Moon-Monat für XRP. Lass uns mal abwarten, ob da vielleicht was kommt zwischen März und April. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ich glaube, dass Ripple für grenzüberschreitende Zahlungen sehr, sehr wichtig wird und es gibt ja schon länger das Gerücht, dass diese Kryptowährung vielleicht an Gold gekoppelt wird, was den Anfang meines Videos heute so ein bisschen widerspiegelt. Und da habe ich euch das ja auch schon gesagt, dass ich glaube, dass Kryptowährung und Edelmetalle vielleicht irgendwann mal Hand in Hand gehen werden und sich eben gegenseitig ergänzen. Das wäre auf jeden Fall eine richtig schöne Verschmelzung, meiner Meinung nach. Und heute soll es demnach mal um Edelmetalle gehen, denn Gold steht, wenn wir uns mal jetzt den Chart anschauen, eigentlich beim All-Time-High, also bei einem so hohen Stand wie jetzt, war Gold das letzte Mal nach Ausbruch der C-Krise und wir sind also jetzt in Bereichen von All-Time-High. Ebenfalls in einem Aufwärtstrend ist auch Silber. Und da sieht man es hier schon, ich habe aber sonst noch mal den Chart für euch, wir haben ein krasses Cup-and-Handle-Pattern. Und guckt euch mal bitte die Preise an. Also wir haben jetzt gerade gesehen, der Preis pro Unze liegt eigentlich bei 22,62 Euro. Jetzt guckt euch doch mal an, wenn ihr eine Münze kaufen wollt, hier zum Beispiel bei dem Shop, wo ich immer einkaufe, goldsilbershop.de. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung, das sage ich euch, weil ich es aktiv benutze und wirklich wärmstens empfehlen kann. Ein sehr seriöser Laden, meiner Meinung nach. Ihr seht aber hier, eine Unze kostet hier 29 Euro. Das heißt, wir haben hier fast 30% Spread. Und warum ist das so? Ja, lasst euch nicht täuschen. Der Rohpreis alleine ist natürlich nicht der Preis, den ihr ausgeben müsst für die Münze oder für den Barren oder was auch immer ihr euch holen möchtet. Da ist natürlich noch ein bisschen was verarbeitet worden. Aber das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, dass die Bestände sich langsam dem Ende nähern. Das heißt, es gibt momentan eine große Nachfrage nach Edelmetallen. Natürlich sicherlich auch in Osteuropa oder auch bei europäischen Banken oder all denjenigen, die gerade erkennen, was hier gerade passiert mit den Fiat-Währungen. Aber eben auch Leute wie du und ich, die sagen, hey, weißt du was, ich will mein Geld irgendwie vor Kaufkraftverlust schützen und sich dann eben für Silber interessieren. Ich will nur darauf hinaus, schaut euch das Ganze an. Wir befinden uns gerade meiner Meinung nach zumindest, ja, in einem sehr, sehr interessanten Bereich. Wir haben einen deutlich unterkauften RSI und wir sind hier an der Spitze des Henkels. Und normalerweise, ich blende euch das hier nochmal ein, normalerweise ist ein solches Cup-in-Handle-Pattern ein sehr, sehr, sehr bullisches. Und schaut euch mal an, ich glaube, das kann man schwierig erkennen, guckt euch mal an, über welchen Zeitraum wir hier sprechen. Ich habe es euch, glaube ich, schon einige Male gezeigt. Aber wir reden hier von 1979, 1980, diesem Bereich. Also ein über 40 Jahre altes Cup-in-Handle-Pattern. Also unfassbar. Ich weiß nicht, ob es schon mal irgendwann ein ähnliches Szenario gab, mit einem so großen Zeitraum und einem so krassen Pattern. Und falls ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Was ich euch damit sagen möchte, ist, dass wir uns neben Kryptowährungen auch auf das Thema Edelmetalle konzentrieren sollten. Denn Edelmetalle sind nun mal ein begrenzter Rohstoff auf dieser Welt. Und Edelmetalle waren in der Geschichte immer sehr, sehr wertvoll, insbesondere in Krisenzeiten. Also es macht durchaus Sinn, sich so ein bisschen zu diversifizieren und eben nicht nur all in Krypto zu gehen, sondern sich auch damit zu beschäftigen. Nutzt es, solange es das noch gibt. Ich erinnere mich noch nach diesem Drop, ich glaube im März, April 2020 war es, wie krass die Nachfrage war. Weil ich weiß noch, überall waren diese roten Schriftzüge. Leider sind wir ausverkauft. Sechs Wochen Wartezeit, acht Wochen Wartezeit. Hier bei mir in Hamburg gab es Schlangen am Goldkontor. Wartet nicht darauf, bis die Medien erstmal den Startschuss geben und die Leute wie verrückt hineilen, sondern bereitet euch vorher vor. Dann kommt ihr erstens günstiger daran und zweitens überhaupt noch daran. Das zumindest war meine ganz persönliche Sicht. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video heute einen Mehrwert bieten. Morgen gibt es einen spannenden Livestream mit mir und dem Bitcoin-Informanten. Dürft ihr euch darauf freuen. Das Ganze wird wahrscheinlich so gegen 20 bis 20.15 Uhr starten. Ich freue mich sehr darauf. Ich glaube, der Dennis auch. Ja, das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.